ach so warte mal das ding das wird bestimmt oben die wenn du hochfährst bei der neuen hochfährst das grüne sein drei parts wieder platz richtig auch gibt es nun ja nicht gleich im moment soll ich schon mal kreis so warte mal um das ding das beschreiben die wenn du hochfährst bei der neuen hochfährst das grüne sein obertauschen ja und das ganz hohe und also kommen erst mal mit was jetzt drüben ich sehe dass die behaupten du musst mich ja nicht gleich umfahren soll ich schon mal den dröscher alles möglich machen er hat das schneiden um das ist einfach hier schräg übers feld so zu sagen also er ist natürlich straße aber dann ganz hoch bestimmt ne hier so und dann links und dann da hinten siehst du das haus schon was dahinten ist dieses häuschen ja ich weiß ja das ist die gaststätte und da ist eine ablastung den glas schon mal fertig machen so mit anhängen und auf den hoch stellen und wie weit ist denn das zum dreschen und danach die kartoffeln bitte ähm das ist oben bei feld 1 das ist einfach die asfaltiere straße in einem dort weiter hast du gerade also das feld wo wir sind das ist noch nicht reif das ist noch eine warte das weiß ich nicht den glas schon mal fertig machen so mit anhängen und auf den hoch stellen an Prozent wir wissen das zum dreschen und das schneidewerk überhaupt ist kurz vor erntereif die Filzen wenn du das meinst jetzt die sind eigentlich fast erntereif also das feld wo wir sind und das ist noch nicht reif ist das noch verwachst das weiß ich nicht okay ja kannst du aber eigentlich schon machen welche stufe ist es denn Müsste ja eigentlich irgendwie Letzte sein, oder so, ne? Wo ist das Schneidewerk überhaupt? Ist kurz vor erntereif, Filzen, wenn du das meinst. Meist jetzt. Die sind eigentlich fast erntereif. Ähm, das ist neben der großen Halle. Okay. Ich darf zum Hafen fahren oben. Geil, mitten in der Ausnahme ruft da jemand an. Perfekt. Ne, da geh ich auch nicht ran. Ja, die Dings... Meistens so. Die... Ja, die gab nicht viel. Und die Kartoffelpreis ist manchmal auch nicht gerade mehr gewesen. Vielleicht ist mal meine Schwester wieder mit voller Lina. Kannst du mal fragen, was die eigentlich auch fanden. Ja, fahr ich hin. Da musst du bloß mal langsam machen, weil bis 24 Uhr mal gucken, ob ich das schaff. Hast du schon abgeladen? Ja, die Dings... Es gab aber wenig. Die... Die... Ja, die gab nicht viel. Und die Kartoffelpreis ist glaube ich auch nicht gerade höher gewesen. Okay. Aber... Naja, ist beim Hafen jetzt eine große Nachfrage, ne? Ja, fahr ich hin. Da musst du bloß mal lang machen, weil bis 24 Uhr mal gucken, ob ich das schaff. Scheiße, die Nachfrage ist schon weg. Ich hab nicht... Nicht langsam gemacht. Die Nachfrage ist schon weg, das hat sich gerade schon erledigt. Okay. Kartoffeln trotzdem wegfahren, oder was ist damit? Wirst du dich noch liegen lassen? Verdammt! Was elgert mich jetzt gerade? Dauert noch. Dauert noch. Was haben wir denn jetzt so für Preise? Wie gesagt, ist nicht viel. Gaststätte bietet 920, Gütebahnhof bietet 800, noch was. Lass dich fliegen! Was sagt, ähm, der Wachstumsstatus? Dauert noch. Kein Moment. Sag mal Bescheid, wenn alle Reife sind, ich fahr jetzt wieder hoch. Ich glaub, wir könnten aber schon runterfahren normalerweise. Ich hab mich mal eben an Feld 14 hingestellt. Willst du das als erstes machen, oder was? Was? Weist? Ja. Was haben wir denn mit so viel Statistiken? Alles klar. Da kann ich schon mit dem Meter schreien... Ja, 15 ich hab mich mal eben an Feld 14 hingestellt willst du das als erstes machen oder was ist reif? ja das hab ich als erstes gesehen das wird als erstes gemacht alles klar dann kann ich schon mit dem Metrosch da hinkommen mhm ich würd wohl sagen es ist schon fertig ne ja ja du sollst ja herkommen und anfangen meine ich kannst denn kommen wird langsam reif schon also ist grad am umspringen hier also ist reif ist alles reif ich würd so sagen es ist schon fertig ne ja ja stehgrad und Dings ist grad stehen geblieben mitten und anfangen meine ich was denn jetzt hasse ich das jetzt hasse ich das also es wächst kontinuierlich mit dem verbrauchten Treibstoff hier gar nicht Irgendwie ist jetzt grad aber stehen geblieben Irgendwie fällt langsamer ja ich steh grad und Dings ist grad stehen geblieben mit nem Drescher Justin jetzt hasst man das ich mach das ich mach das was geh mal kurz raus aus dem Drescher aber so ernten dass ich unter das Rohr fahren kann ohne ins Getreide zu fahren ne Kannst du mit dem Drescher auch häckseln kannst du mit dem Drescher auch häckseln also Stroh häckseln ja mach ich aber nicht weg häng dir mal an und in Bueno häng dir mal an und in den Kuppel jour Häng dir mal an und in den Kuppel häng dir mal an und in den Kuppel ich fang den quien mal an ganz hinten an. Der ist entkommen, du bist so falsch reingefahren. Was? Ich bin richtig reingefahren. Mach das, ich komme gleich hinterher. Geh mal raus. Du bist falsch reingefahren. Ruse, du kannst wieder wegfahren. Bitteschön. Wieso? Das ist noch nie passiert. Ich fange da ganz hinten an. Mhm. Mach das, ich komme gleich hinterher. Bitteschön her! Ha nicht. No, never. Bitte seid Ihr jetzt. Wir sind можем beruf. Oh nein. das sind beim hochdreschen farma denn daher aber warte mal gucken sagen wir mal wann du unten am ende bist muss irgendwie prozent denn sind und jetzt am ende bin da am ende vom feld jetzt gerade gleich mit der reihe ja richtig ich sehe ihn bloß nicht unten auf dem feld ich wollte bloß wissen 49er jetzt das sind beim buchdreschen fahren wir dann nachher wir werden auf der anderen seite jetzt hier hochdreschen sagen wir mal damit ich da unterfahren kann sonst fahr ich nicht ins getreide und jetzt am ende wäre am ende vom feld jetzt gerade gleich mit der reihe mach so dass ich beim abladen nicht ins getreide fahren ja richtig ich sehe ihn bloß nicht unten auf dem feld ich wollte bloß wissen 49er jetzt ich wollte bloß wissen ob er am besten wäre wenn andere seite jetzt hier hochdrescht damit damit ich da unterfahren kann sonst fahr ich nicht mehr ins getreide ich drösche jetzt einmal quer und dann da runter mach so dass ich beim abladen nicht ins getreide fahren muss ich komme einfach hinterher das wäre angebracht ne hammerrohr aus so auch wieder so ein schönes lied ihr hört da die playlist leider nicht aber das sind echt kleine liga drin wieso warte wenn ich voll bin wo willst du denn das getreide mehr hin haben auf dem hof im siloren kippen erst mal ja jetzt wird wahrscheinlich bei der mühle erst mal der preis runter gehen weil ich dass wir dann 60 tonne abgegeben haben beim anfahren hat er sich so ein bisschen trümme leid was der trecker war ja mit hänger drin oder dort müssen mit anfahren das sind ja auch immerhin 60 tonne ja noch nicht noch ist er nicht voll man sollte auch licht anlassen man sollte auch licht anlassen man sollte auch licht anlassen man sollte auch Wie hau der ab? So, das passt auf. Zack. Das ist natürlich wies. Ey. Ey, wie hau der Bein ab? Wie hau der ab? Der ist auf den Berg geflogen. Ich bin dagegen gekommen mit einem Freundgewicht und der ist auf den Berg geflogen. Ja, anschalten muss man, ne? Aber. War klar. Irgendwo ist es immer. Passiert mir auch immer. Ja, anschalten muss man, ne? Nee. Diesmal halte ich sie an. Aber? Ich hab den Pickup nicht gesenkt. War klar. Irgendwo ist es immer. Ja. Das passiert mir auch immer. Ja. Ich hab den Pickup nicht gesenkt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ballen sammeln. Also wenn du wartest, kannst du auch immer gerne hier... Ballen sammeln. Genau.